So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokemon Go. Wir gucken mal kurz hier rein, da steht Raid ab ins Tierheim. Lädt ein zum Raid. Nehmen wir natürlich nicht an, weil ich habe ja natürlich keine Fan-Raid-Pässe, sagen wir mal. Beziehungsweise habe ich jetzt was zusammengespart, das versuche ich aber dann, wenn das Sehntrio in den Raids ist, da versuche ich mir wieder alle drei Einträge zu holen, weil der Habanero-Account hatte ich ja nicht. Ich trotzdem grüße an Ab ins Tierheim, denn der hat mir ja das Raid-Day-Ticket für heute geschenkt. Deswegen heißt mein Buddy ja auch Ab ins Tierheim. Den habe ich übrigens jetzt als Buddy, weil da musste man ja auch zehn Raids machen, dass man den entwickeln kann. Das möchte ich jetzt erstmal als erstes machen. Makar, so, Gala Makabaya. Und dann möchte ich euch kurz meinen Raid-Day erklären, erzählen, wie das heute wieder abgelaufen ist und meine Ausbeute zeigen. Das Beste, was ich bekommen habe, wie viel Shiny ich bekommen habe, ob ich überhaupt einen Shiny bekommen habe. Aber erstmal wollen wir dieses Ognatol entwickeln. Ognatol kann man eigentlich auch direkt wegschicken. Also brauche ich nicht. Ist jetzt Pokédex-Eintrag, ist jetzt hier, kann direkt verschickt werden, aber geht auch gleichzeitig nicht, weil es ja der Buddy ist, oder? Kann ich das verschicken? Nö, kann sein Kumpel nicht verschicken. Ich muss den Buddy erst, ich muss den Buddy erst hier, Kumpelkrone, was machen wir denn? Das habe ich auch verschickt, nachdem ich es entwickelt habe. Wir nehmen, wir nehmen mal den dicken, bösen Bären wieder rein. Müssen jetzt aber auf, ab ins Tierheim, dass wir den verschicken können. Müssen jetzt bei den Bären, wie heißt denn der Bär wieder? Gehen wir hier drauf und geben jetzt hier ab ins Tierheim ein, damit ab ins Tierheim im Prinzip wieder dasteht. So, wir haben es so gemacht, wie immer, 14 Uhr haben wir uns getroffen hier am Fledermaus-Turm. Das ist das, was hier hinten ist. Normalerweise gehen wir ja spazieren eine Stunde, so um die Blocks, wo wir dann die sechs freien Pässe machen. Und danach mache ich dann immer die acht Pässe, falls ich das Ticket geschenkt bekommen habe, weg in der Rate-Gruppe bei Telegram. Sodass man im Stream an sich mitmachen kann, denn die eine Stunde, 14 bis 15 Uhr, streame ich ja immer. Und die restlichen acht Pässe sind dann geheim, dass man nicht sieht, was ich fange und wie gut es ist. Damit auch für das Ausbeute-Video noch ein bisschen was da ist. Jetzt mussten wir heute mit dem Auto fahren. Ihr seht nämlich selber, es regnet. Es regnet, es regnet die ganze Zeit. Es war wieder richtig kacke. Wir waren die ganze Zeit ja auch krank. Jonas hatte die ganze Zeit Fieber. Sandra ging es nicht gut, mir nicht. Deswegen sind wir heute mit dem Auto gefahren. Sind dann halt hier hinten am Fledermaus-Turm, haben wir begonnen. Sind wieder hier rüber zur Futuristik-Sculpture. Das ist die größere Gelbe. Daneben der Formularfischer. Die kleinere Gelbe sind dann hier hinten rum am Graffiti-Pirat. Dann einmal dort hinten lang, da wo jetzt die Gelbe ist noch, links hinten, zur bemalten Lipfass-Säule. Und dann ging es vorne die Straße vor zur Kirche, Infotafel an der Kirche. Das waren dann die sechs Raids, die man auch im Stream gesehen hat. Und statt einer Stunde haben wir da eine halbe Stunde für gebraucht. Wer den Stream verfolgt hat, wird auch schon was gesehen haben. Und zwar in den ersten sechs Raids. Ihr seht, wenn ihr hier zählt, das sechste war ein Shiny. Bei Pupsi, die hat schon zwei Shinies gekriegt. Bei der war gefühlt das erste direkt ein Shiny und das dritte auch nochmal oder so. Ich habe schon wieder damit gerechnet, dass bei mir gar nichts Shiny wird. Aber zu den ersten sechs, die hier kommen, kamen dann hier nochmal die restlichen acht. Und das allerletzte, was hier ist, das habe ich mir vom Samyang Bulldog-Account rübergetauscht, weil ich gesehen habe, das ist bei ihm das Schwerste und das Größte. Es ist auch ein XL, weil es ja auch wieder so wahre Showcases gab. Bei den Showcases sieht es momentan jetzt hier so aus, dass ich mit dem Getauschten, dem Besten von mir und dem Shiny im Showcase sitze. Dreimal Platz 1 momentan. Aber da sitzt auch kein anderer. Bei dem einen sitzt einer, da muss ich nochmal austauschen. Ansonsten habe ich da, glaube ich, wenn ich die drei jetzt gewinne auf eins, müsste ich die 100 Showcases auch voll haben, dass das passt. Wenn wir jetzt XL eingeben, oder wir geben mal XXL ein. XXL sehen wir nichts. XL sehen wir dieses Silvaro. Das ist wie gesagt das Getauschte. Steht auch hier, Tausche halten. Samyang Bulldog. Das ist das Schlechteste. Es hat auch nur einen Stern, weil es hat ja nicht diese Mindest 10, 10, 10, die man normal aus dem Raid hat. Jetzt gehen wir wieder raus. Und jetzt bewerten wir mal der Reihenfolge nach durch, wie wir das gemacht haben. Im Stream gab es als allererstes dieses mit 16, 13. Kann ich hier auch drauf machen, dass ihr das seht. Hatte gleich drei Sterne. War relativ gut. Dann ging es weiter mit dem 16, 27er, was natürlich viel höher ist. Und noch keine 15 Angriffe mitbringen. Trotzdem auch ein drei-sterniges 16, 29. Also es hat sich immer wieder gesteigert. Da ist auch ein 15er-Wer dabei. Drei Sterne. Trotzdem kein Shiny war der dritte Raid. Das war dann schon die Halbzeit im Stream. 16, 11. Ging es wieder bergab. Hat auch nur zwei Sterne. 15, 90. Das war dann der schlechteste. So, indem wir das Treppchen hochgehen, gehen wir Treppchen wieder runter. Und dann dachte ich, jetzt kommt der allerletzte Raid. Das wird der schlechteste komplett. Nein, dann ist es ein 16, 32er geworden. Und Shiny. Und das war der Abschluss vom Stream. 16, 32. Und war damit der Beste aus den sechs Raids im Stream. Und gleichzeitig auch das Shiny. Ich finde, das sieht gar nicht aus wie Shiny. Ich finde, das hätte so irgendwie das Normale sein müssen. Und das hätten sie als Shiny machen können. Weil das hier so, ja das strahlt halt viel mehr. Das sieht irgendwie normal aus mit dem Grün. Und das strahlt so sehr, als könnte das das Shiny sein. Auch hier sind da, auch das Gefieder da oben. Ist ja eher so grau und so unbedeutsam. Und hier so braun, goldig. Das sieht schon farbenfroh und gut aus. Das Shiny selber an sich brauche ich jetzt aber nicht. Also falls irgendjemand irgendwie in einem Lucky Trade mal das Shiny haben möchte oder braucht, kann er das gerne haben. Vielleicht auch ab ins Tierheim. Wenn der mal Glücksfreund wird, meinetwegen. Also das müsste ich eigentlich auch ab ins Tierheim nennen. Weil der an dem Tag kam, wo es sein Ticket war. Ab ins Tier... Ab ins Tierhai. Fehlt halt der Rest. Der SM passt halt nicht hin. Die acht Raids, die danach kamen, die seht ihr jetzt. 16, 26. Das war dann der erste. Da wurde dann wieder am Fledermaus-Turm angefangen. Auch wieder drei Sterne. Dann 16, 29. Drei Sterne. Dann haben wir 16, 39. Da fehlen nur drei Punkte insgesamt. Müsste also ein 83er sein. Dann haben wir 16, 40. Das ist ein 96er. Nämlich mit 13, 15, 15. Das dürfte auch das Beste sein, was ich habe auf der Hand. Dann haben wir nochmal 16, 29. Dann haben wir nochmal 16, 10. 16, 03. 16, 17. Und dann habt ihr hier das Getauschte eben vom Samyang Bulldog-Account. Und das war es schon. Das waren die sechs Raids aus dem Stream. Das waren die acht Raids. Die ich dann noch so gemacht habe in der Raid-Gruppe. Danke an die Leute, die dabei waren. Obwohl, so viel war wirklich diesmal nicht los. Die letzten Raid-Days haben irgendwie mehr gezündet. Haben irgendwie mehr Spaß gemacht. Die Leute hatten auch mehr Bock. Da waren viel mehr Leute in den Stream. Sie wollten noch eingeladen werden. Selbst in der Raid-Gruppe waren viel mehr Leute, die dann gesagt haben, sie machen noch mit. Diesmal war gefühlt tote Hose. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht, weil das Ding halt nichts kann. Weil das halt nicht nützlich ist. Ich kann auch theoretisch alle verschicken. Das ist ein 98er. Das können wir eigentlich auch verschicken. Also theoretisch können die alle weg. Das Shiny kann weg. Das kann weg. Alles kann weg. Was ist euer Bestes? Also bei mir ein Shiny. Nach sechs Raids als Shiny. Aber insgesamt in 14 Raids. Also ein Shiny. Und 96er als das Beste mitgenommen. Und das war's schon. War kurzer Tag. Kurz 14 Pässe weggemacht. Hat Spaß gemacht. Hat wieder für meine Raid-Medaille gezählt. Ich konnte mein Buddy entwickeln. Da sind wir mal gespannt. Das nächste Raiden findet ja dann wohl in Gera statt bei der Sino-Tour. Wo man dann so ein paar Sachen macht. Aber auch nicht viel. Auch nicht übertrieben. Wie war eure Ausbeute? Schreibt's rein. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und denkt dran, heute ist auch Samyang Sunday. Da wird um 20 Uhr wieder eine Premiere kommen. Ciao.